Musik Guten Tag und herzlich willkommen bei Insolvenzrecht Dresden TV, der Kanzlei Ulrich Orion. Pressemitteilung Für Lohnpfändungen nach § 850 e, Nr. 2a Zivilprozessordnung bleibt das Arbeitslosengeld II außer Betracht, wenn eine Bedarfsgemeinschaft besteht. Der Treuhänder darf zur Feststellung der Lohnpfändung den Lohn- und Arbeitslosengeld II nicht bei Bestehen einer Bedarfsgemeinschaft addieren. Rechtsgrundsatz Für die Feststellung einer Lohnpfändung ist die Arbeitsvergütung mit Arbeitslosengeld II nicht zu addieren, wenn der Schuldner in einer Bedarfsgemeinschaft lebt. Sachverhalt Der Schuldner befindet sich in der Insolvenzrechtlichen Wohlverhaltensperiode. Der Schuldner lebt mit seiner Lebensgefährtin und ihren drei Kindern in demselben Haushalt. Aus seinem Arbeitsverhältnis verdient der Schuldner 1400 Euro netto. Außerdem bekommt er Arbeitslosengeld II in Höhe von 392,43 Euro in Bezug auf die Bedarfsgemeinschaft gemäß § 97 des 2. Sozialgesetzbuchs. Der Treuhänder beantragt beim Insolvenzgericht, dass beide Leistungen zusammengerechnet werden und der pfändbare Lohnanteil beim Arbeitgeber zu entnehmen ist. Das Insolvenzgericht weist den Antrag zurück. Die Rechtsbeschwerde des Treuhänders bleibt ohne Erfolg. Rechtsgründe Das Antragsrecht des Treuhänders folgt aus den § 292 und 36 der Insolvenzordnung in Verbindung mit § 850 e, Nr. 2a Zivilprozessordnung. Zwar ergibt sich nach dem Wortlaut von § 850 e, Nr. 2a Zivilprozessordnung die Zusammenrechnung von Lohn- und Sozialleistungen, jedoch gebietet der Grundgedanke des Gesetzes hier eine abweichende Regelung. Der Schuldner lebt in einer Bedarfsgemeinschaft nach Sozialgesetzbuch II. Bei der Berechnung wird das Einkommen des Schuldners gemäß § 9 Sozialgesetzbuch II berücksichtigt. Das Einkommen des Schuldners wird sozialrechtlich gesehen den anderen Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft zugeordnet. Im Ergebnis findet eine Zusammenrechnung daher nicht statt. Mein Rechtstipp Im Einzelfall bedarf es einer genaueren Feststellung des pfändbaren Einkommens des Schuldners. Den vollständigen Text und Links finden Sie unterhalb des Videos. Möchten Sie regelmäßig über neue Pressemitteilungen informiert werden, so abonnieren Sie jedoch einfach unseren Videokanal. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Pressemitteilung und auf Wiedersehen. Vielen Dank für's Zuschauen.